Oh, oh. Machen wieder Turniere mit Wocha frei? Bei mir aufgehört hat nur kaum ein Interesse, weil die Starcraft 2 geschaut haben. Der grüne Ficker. Der ist doch wahr! So. Da haben wir den grünen Ficker. Vierer Kissen Stapel, vierer Kissen Stapel, vierer Kissen Stapel, vierer Kissen Stapel. Achter Kistenstapel, please. Achter Kistenstapel immer noch. Ich glaube, ich lad mir dann morgen mal dieses Valorant, oder wie das heißt, runter. Bin da echt gespannt. Achja, wir haben ja... Wir haben ja was. Gibt's das nicht auf dem Riot Launcher oder was auch immer die verwenden? Ich weiß nicht, ob die überhaupt einen Launcher haben. Ich kenn mich damit nicht aus. Weil ich lad an sich irgendwie immer sehr ungerne Sachen auf dem PC runter. Zum Ausprobieren so, weil ich habe immer Angst, dass ich mir den PC damit vollen will. Ich bin da. Ach. Ah! Ah! Äh, moin! Das ist rot. Das ist rot. Ne, lol nicht, ich hab Dota aber nicht gespielt. Dankeschön. Und wir haben jetzt hier auch alle. Alle Kirsten und alle Edelsteine und Kristalle. Sehr schön. Auf, ähm, Ding Spoons. Ähm, wie heißt das? Winner, Winner, Chicken Dinner. Wie heißt denn das Spiel nochmal? Pupkis! Auf Pupkis hätte ich auch nochmal Bock. Was? Ja. 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 Ja, ich habe das Spiel. Ja. 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 Wie war eure Woche so? Meine war ganz okay. Also sagen wir mal so, ich kann mich nicht zuwehren. Arbeitszeit könnte ein bisschen schneller rumgehen, aber... Ach. Heulen wir mal nicht rum, ne? Ne, den nicht. Brauchen wir vielleicht. Nummer 1 ist Geschichte. Die geht so schnell kaputt hier, ne? Ich werde es gleich im Chat lesen. Das geht jetzt hier gerade leider nicht so gut. Nummer 3. 1, 2, 3, dann muss ich ja noch ein bisschen. Wie geht die noch mit? Na? Ich muss ja erst die Kiste kaputt machen. Erste Kiste. Und dann das Flugzeug. Ich würde mich nicht sagen. Ah! Auf Winner, Winner, Chicken Dinner habe ich auch mal wieder Bock. Okay, hättest du jetzt nicht noch dazu gesagt, PUBG. Dann wäre das alles Mögliche sein können. Ich hatte frei und es war jeden Tag mega heiß. Die haben ständig Gewitter angekündigt, aber das ist immer so ein paar Kilometer an uns vorbeigezogen. eigentlich ganz heiß. Aber die haben mir auch erstmal schön einen Sonnenbrand geholt. Okay. Ich bin eigentlich draußen in letzter Zeit eigentlich relativ wenig. Also entweder zur Arbeit hinfahren, zur Arbeit zurückfahren, einkaufen fahren, also einkaufen hin, einkaufen zurückfahren. Laufen, also joggen. Und das war's. Also so oft bin ich nicht draußen. Wir sind derzeit... Ach so, wir können hier schon Zeit holen. So. Hab viel Gartenarbeit gemacht. Okay, da kann man sich übelst die Pelle bei verbrennen. Das stimmt. Okay, Zeit. Schön. What the fuck? Es ging schnell. Gold ist 1.15. So. D.C. Untertitelung des ZDF, 2020 Wo ist du? Wo ist du? Wo ist du? Okay, das war keine gute Route. Nope. Ich weiß noch, wie ich bei dem Level am Anfang richtig hing und die Zeit nicht mal ansatzweise geschafft habe. Wenn ich einfach mal die Reihenfolge verändert habe, dann ging es beim ersten Mal. Ja, aber die Reihenfolge von mir war nicht so gerade. Ich glaube, den einen... Also die ersten zwei mache ich und dann tue ich die zwei, die ich gerade am Ende kaputt gemacht habe. Ich weiß jetzt nicht, ob die irgendwie so kleine Rundchen kriegen oder ob die eine große Strecke haben, das weiß ich jetzt nicht. Gut, geht's! Da weiß ich jetzt schon nicht, ob das hier überhaupt so geil ist. Ich habe die, die ich benutzt habe, auch nicht mehr im Kopf. Ich meine, ich bin zuerst nach links geflogen. Auf jeden Fall, das war jetzt scheiße, denn ich bin viel zu viel im Lernen rumgeflogen. Das wäre cool, wenn man noch so eine Minimap hätte, wo man das genauer sehen kann, wo die sich befinden. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Hm. Boah, ja. Einfach mal ausprobieren, aber das sieht auch nicht aus. Ich falle aus. Geh doch nicht weg von mir, Junge. Nee. Nee, das ist genauso scheiße. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Schick doch nicht weg, ey! Und der ist jetzt auch wieder am Arsch der Welt, echt. Du kannst auch abräumen, dann triffst du die Bomber gezielter, ohne denen komplett entgegenfliegen zu müssen. Ich denke mal, das wird das Abramsen sein. Ich denke mal, das ist jetzt auch wieder am Arsch der Welt. Ach, scheiße. Ach, das Level geht mir so auf die Eier, ne? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Probleme damit habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Probleme damit habe. Ich kann auch irgendwie mit den Schultertasten abbremsen. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Probleme damit habe. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Probleme damit habe. Ja, okay. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich so viele Probleme damit habe. Mein Gott, gehen die mir auf die... Hallo, diese Brise. Ja, ich krieg das meistens nicht mit, dass ich beschossen werde, weil ich die nicht sehe. Ja, ich kriege die Brise. Ja, ich kriege die Brise. Oh, warum sind die da immer so weit weg, man? Ja, ich kriege die Brise. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Ach, schön. Schön, schön, schön.